Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin moin, liebe Stammis. Schön, dass ihr auch an diesem wunderschönen Freitag wieder bei uns seid. Und wenn ich von wir rede, dann rede ich natürlich von eurer Traumstammplatzbesetzung. André Albers ist mir zugeschaltet und ich bin auch wieder dabei. Grüß dich, mein Bärchen. Ich freue mich wahnsinnig. Liebe Grüße zurück. Ich freue mich auch wahnsinnig. Schön, dass du dabei bist. So, lass uns anfangen mit Fußball und zwar mit aktuellem Fußball. Gestern Abend hat ja dann die Europa League und die Conference League diesen Europapokal-Abend einmal mehr kompletiert. Und wir fangen an mit dem frühen Spiel der Freiburger, die leider, leider West Ham United 1 zu 2 unterliegen. Und leider, leider, weil Noah Atupolo, von dem wir ja beide sehr viel halten, einen folgenschweren Fehler macht, der letztendlich zum 2 zu 1 führt. Er fliegt unter einem Ball nach einer Ecke durch. Also, will ihn fausten, trifft ihn nicht richtig und das ist das 2 zu 1 und damit Deckel drauf auf dieses Spiel. Ich habe leider so ein bisschen das Gefühl, dass der momentan ein kleiner Unsicherheitsfaktor ist. Klar, junger Mann, brauchen wir nicht drüber reden. Wir beide haben gesagt, Potenzial ist riesig. Aber wenn er dann Spiele verliert, so wie gestern, ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Also beim ersten Tor kann man ihm, glaube ich, keinen großen Vorwurf machen, aber er fällt da auf in die Bahnschranke. Ja, das ist kein Ding, wo du sagst, den muss er halten, aber in guter Form hält er den, so würde ich sagen. Ja, aber ich weiß nicht, ob bei der Flanke vorher und bei dem Kopfball dann vom Paketa nicht Ginter und der andere Verteidiger zu weit wegstehen von ihm. Die kommen ja gar nicht so richtig ins Luftduell. Ja, das ist kein Torwartfehler. Ja, der Kopfball ist schon dann auch mit Druck gespielt, André. Und man muss auch Fairness halber sagen, dass Artubolo danach möglicherweise ganz früh das 0-2 verhindert, indem er einen Schuss an den Pfosten lenkt. Also ich will ihm jetzt keinen großen Vorwurf machen, aber klar ist auch, dass 2 zu 1 geht auf seine Kappe. Genau, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, da geht ab und zu schon mal einen Raum durch Freiburg, wenn Artubolo am Ball ist. Also ich hoffe, er steckt das weg und es gehört einfach zu so einer jungen Torwartkarriere dazu. Man muss fairerweise auch dazu sagen, vor allem in der ersten Halbzeit war West Ham die ganz klar bessere Mannschaft. Ja, zumindest mal die ersten 15 Minuten, da hat Freiburg ja gar keine Sonne gesehen. Im zweiten Durchgang war wirklich eine Leistungssteigerung zu erkennen und dann haben sie auch zu Recht den Ausgleich markiert durch Salay. Aber mehr war dann auch einfach nicht drin, ja? Genau, sehe ich genauso. Und ja, es ist glaube ich okay und Freiburg kann und wird die Punkte woanders holen. Dann kommen wir zu dem einzigen Sieg aus deutscher Sicht gestern Abend. Übrigens alle Spieler am Ende 2 zu 1 ausgegangen und nur 2 zu 1 ist es ausgegangen für Leverkusen. Aus deutscher Sicht halt die erfreuliche Mannschaft gestern Abend. Frimpong und Teller machen das 1 zu 0 und 2 zu 0 beim Molde FK. Am Ende kommen die Norweger noch mit Breiweg. Den Namen mag ich gar nicht mehr in den Mund nehmen heutzutage noch ran, aber was willst du machen, wenn du halt so heißt? Mittlerweile, ne? Macht halt den Anschlusstreffer. Ja, verdienter Sieg für Leverkusen. Verdienter Sieg für Leverkusen, obwohl ich glaube, Xabi Alonso ging am Ende so ein bisschen der Stift. Der hat seine Stars noch eingewechselt, ne? Wirtz kam noch, Hofmann kam noch, Boniface kam noch. Also der wollte auf gar keinen Fall da irgendwie einen Punkt liegen lassen. Aber ja, Leverkusen gewinnt und eilt von Sieg zu Sieg. Ja, am Ende musst du auch mal nicht schön gewinnen. Ne, es ist egal. Hauptsache du holst die Punkte, nimmst die mit, gewinnst das Auswärtsspiel in Europa. Und dass die in der Euroleague überwintern, brauchen wir glaube ich gar nicht drüber reden. Das ist für mich 100% klar. Das ist eine 100-Euro-Wette. Das ist eine 100-Euro-Wette, genau. So, dann lass uns kommen zur Conference League und dem letzten Spiel aus deutscher Sicht. Paar Oxal und Niki gegen Eintracht Frankfurt. Am Ende durch einen ganz späten Treffer in der 92. und 93. Minute war es leider die Pleite für Eintracht Frankfurt 2 zu 1. Ja, Frankfurt hat weitestgehend ordentlich gespielt, ohne jetzt so richtig große Torchancen zu haben. Aber die hatten das Spiel eigentlich irgendwie so ein bisschen im Griff. Und trotzdem geht man ohne Punkte oder fährt man ohne Punkte nach Hause. Ist jetzt die Frage, schlittert Frankfurt, die ja vorher lange ungeschlagen waren, jetzt in so eine Ergebniskrise rein? Ist ihnen nicht zu wünschen auf jeden Fall. Ja, auch da, du kannst den Saloniki verlieren. Ich glaube, die Gruppe überstehst du auch so. Ja, ich meine, da sind Helsinki und Aberdeen noch drin. Ja, musst du. Nichts gegen die, aber die musst du halt schlagen. Und Saloniki schlägst du möglicherweise zu Hause auch. Ich sehe das Spiel ähnlich so wie du. In der ersten Halbzeit war es ein Ding auf Augenhöhe. Nicht wirklich ansehnlich in der ersten Halbzeit. Ja, weil offensiv von beiden Mannschaften nicht wirklich viele Lösungen. Defensiv beide, aber auch nicht so wirklich Fehler gemacht. Der Standard führt dann in der ersten Halbzeit zum 1-0. Und in der zweiten Halbzeit verdient sich Frankfurt den Ausgleich und hat dann einfach Pech zum Schluss. Ja, das passiert auch da. Vielleicht zahlst du ein bisschen Lehrgeld mit dem einen oder anderen Spieler, der neu auf europäischer Bühne ist. Abhaken, weitermachen. Dann Deckel drauf auf die Europa League und dann kommen wir dazu, was uns am Wochenende interessieren wird. Nämlich der siebte Spieltag der Fußball-Bundesliga. Und wir fangen an, André. Heute Abend mit der Partie Gladbach gegen Mainz, 20.30 Uhr bei den Kollegen von The Zone zu sehen. Platz 13 gegen Platz 18. Gladbach, ey, das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen, mein Lieber. Kann zum ersten Mal seit über 500 Tagen eine Serie starten und einen zweiten Sieg in Folge schaffen. Die letzten zwei Siege in Folge gab es unter Adi Hütter im März 2022. Ja, die Gladbacher haben ja von mir in den letzten Wochen so ein bisschen Lack gekriegt. Das werden die Gladbach-Fans gerne hören. Ich glaube, dass das gelingt. Ich glaube, dass das Euphorie gibt, dieser Sieg in Bochum. Mainz kommt zu einem, glaube ich, relativ günstigen Zeitpunkt auch. Und ich bin mir schon ziemlich sicher, dass Gladbach auf jeden Fall mindestens einen Punkt zu Hause behält. Ich glaube aber an 2 zu 1 für die Borussia. Ja, sowohl Bochum als auch jetzt das Mainz-Spiel ist natürlich Wasser auf die Mühlen für alle Gladbacher, die so ein schwieriges Auftaktprogramm hatten und damit gehadert haben. Ja, was auch verständlicherweise so war. Und ich glaube auch, dass Gladbach das macht. Sie können jetzt sieben Punkte schon zwischen sich und Mainz legen. Und du sagst es vollkommen richtig, Mainz gerade, Alter. Die haben ja gar kein Selbstbewusstsein, die spielen nicht gut. Also ich sehe da für Mainz kaum eine Möglichkeit, einen Dreier mitzunehmen. Mit viel Glück ist es vielleicht ein Unentschieden, aber ich gehe da auch ganz klar mit Gladbach. Aber sollte Gladbach tatsächlich zu Hause verlieren, was ich auch nicht glaube, dann muss man da auch nochmal wieder ein paar Steine umdrehen. Also dann passt es auch wieder alles gar nicht zusammen, was da momentan bei der Borussia passiert. Also ich drücke auch irgendwie so ein bisschen die Daumen, dass die Gladbacher das Ding gewinnen, dass da ein bisschen Ruhe reinkommt. So, dann der Bundesliga-Samstag mit einer kleineren Konferenz als sonst, weil wir sehen am Sonntag ja drei Spiele aufgrund unserer Europa-League-Teams. Und wir fangen an mit der Partie am Samstag, 15.30 Uhr Stuttgart gegen Wolfsburg, André. Jetzt ist es ein Gegner für Stuttgart. Ich meine, zu Hause haben sie ja bisher wirklich sehr, sehr gut gespielt. Jetzt kommt aber ein Gegner, der echt auch gut in die Saison gestartet ist und der da auch was holen will. Und der eine gute Mannschaft hat und der auch, glaube ich, nicht so schnell nervös wird. Ich glaube, das ist ganz wichtig für den VfL Wolfsburg. Ich glaube, die kannst du nicht so leicht schocken. Und du hast ja meine Tipps schon gesehen. Ich glaube, die Stuttgartner verlieren zu Hause gegen Wolfsburg. Also irgendwann ist dieser Mega-Lauf auch mal vorbei. Egal, ob es danach auch positiv weitergeht oder nicht. Aber irgendwann reißt jede Serie. Und ich glaube, der VfB Stuttgart wird 1 zu 2 zu Hause verlieren, weil die Wölfe einfach eine abgezockte Truppe sind unter Niko Kovac, weil die gute Qualität im Kader haben und weil Jonas Wind ein Tor mehr schießt als sehr hohe Gürassi. Oh, das ist eine gute These. Ich meine, beide Stürmer haben momentan sehr, sehr gut drauf. André, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ich glaube auch nicht an den VfB-Sieg. Ich glaube, an ein Unentschieden habe 2 zu 1 getippt. Übrigens, unsere Tipps findet ihr heute im Laufe des Tages wieder auf unserem Instagram-Kanal. Wir haben es letzte Woche vergessen. Dafür entschuldigen wir uns noch mal sehr. Da haben sich auch einige beschwert. Wo sind eure Tipps? Ich weiß nicht, ob wir irgendwie die Wettpäpste sind. Weil André Albers und ich, wir tippen momentan nicht gut. Nee, es geht so. Wir sind nicht mal unter den Top 1000 in unserer Kicktipp-Runde. Echt, ich auch nicht? Nein, du auch nicht. Ach, schwach. Ich bin sogar rangekommen letzten Spieltag ein bisschen wieder an dich. Aber ich bin gerade mal so unter den Top 2000. Also Leute, André und ich sind da momentan wirklich keine guten Tipper. Ja, also ich gehe mit dem 2 zu 2. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass Stücke das Ding knapp gewinnt. Aber mein Gefühl sagt mir irgendwie, Wolfsburg, auch Kovac, die packen das. Die machen das. So, dann Borussia Dortmund gegen meinen Herzensklub, den 1. FC Union Berlin. Und André, ich kann langsam nicht mehr, aber ich habe immer noch große Hoffnung. Und deshalb fahre ich nach Dortmund. Ich bin im Auswärtsblock mit meinen Unionern. Du bist da, ja? Ja. Deswegen muss ich Samstag arbeiten. Ich habe mich schon gewundert. Das hatten wir doch schon besprochen, Mensch. Jetzt fang doch damit wieder nicht an. Was glaubst du denn? Also ich habe ja Union jetzt gesehen gegen Braga. Und ich hatte ja, das habe ich auch im Podcast schon gesagt, das Gefühl, Braga hat noch nie ein Union-Video gesehen. So haben die sich auskontern lassen in der ersten Halbzeit. Das wird dem BVB natürlich, natürlich kann man beim BVB auch nicht sagen, aber wahrscheinlich nicht passieren. Oh, schwere, schwere Spiel. Ich glaube, bei Union hoffen alle, ich habe die PK lustigerweise gestern gesehen mit Urs Fischer. Der hat gesagt, Khedira und Knoche, beide kurz vor Rückkehr ins Mannschaftstraining. Ich denke, nach der Länderspielpause sind beide wieder da und die werden die dringend brauchen. Deswegen glaube ich, es gibt nochmal eine Niederlage für Union. Der BVB gewinnt das Ding 2-0, ist mein Tipp. Aber sobald Khedira und Knoche wieder da sind, geht es aufwärts, Khedira. Davon bin ich auch überzeugt, aber die ist ja auch klar und das geht ja deinem Werder-Herz auch nicht anders. Ich tippe natürlich nicht gegen meine Unioner. Ist klar, ja. Ich gehe da auch da in diesem Spiel mit einem 2-2 und hoffe einfach auf ein, zwei geile Konter und wir sind zweimal vorne und dann kriegen wir wahrscheinlich noch eins und dann fahre ich mit einem Punkt im Gepäck zurück nach Berlin. Und ich sage es dir ganz ehrlich, Fofana und Becker gegen Hummels, das kann schon gut gehen. Also müssen wir uns nichts vormachen. Ich habe zum BVB noch eine kurze Sache. Ich bin sehr erstaunt gewesen, dass Gregor Kobel seinen Vertrag verlängert hat. Ging mir auch so. Das hätte ich überhaupt nicht gedacht, weil ich bin mir sicher, der hat alle Optionen in Europa, die es gibt, bei irgendeinem Top-Klub im Tor zu stehen. Der BVB ist ein halber Top-Klub. Ich glaube, so fair kann man sein. Das ist ein Torwart, da bin ich mir auch sicher. Da kann der BVB vielleicht sogar 30 plus Millionen für kassieren. Ich meine, der hat einen Marktwert vom 35 aktuell, André. Und der BVB, das muss man Sebastian Kehl lassen. Ein sehr schlauer Schachzug. Zur richtigen Zeit wahrscheinlich auch. Jetzt werden sich noch nicht viele irgendwie mit einem Torhüter für die nächste Saison befassen, sondern eher mit einem Angreifer, Mittelfeldspieler. Auch in Europa ist das so. Das ist die ganz normale Lage des Fußballs. Und deswegen war Sebastian Kehl wahrscheinlich jetzt schon seit Ende August, Anfang September da drin in den Verhandlungen. Und ich meine, Gregor Kobel verdreifacht sein Gehalt einfach mal mit einer Verlängerung um zwei weite Jahre bis 2028. Der kriegt statt 3,5 ab jetzt 10 Millionen. Hochverdient übrigens im Verhältnis. Also ob das zu viel Geld ist für den Fußballer, brauchen wir nicht drüber reden. Das ist ja immer so. Aber im Verhältnis, finde ich, für die Leistung, die er bringt, ist das absolut in Ordnung. Naja, ganz einfach. Vergleichen wir mal das, was Gregor Kobel für diesen Klub leistet und das, was Niklas Sühle für diesen Klub leistet, der im Übrigen beim BVB Topverdiener ist und nochmal eine Million mehr verdient als Gregor Kobel. Ja, also Gregor Kobel für mich momentan der beste Torwart der Bundesliga und deswegen auch völlig zu Recht mehr Geld und einen besseren Vertrag beim BVB. Gut, dann lass uns weitermachen mit Augsburg gegen Darmstadt, 14. gegen 15. Kracher. Thorsten Lieberknecht hat sich diese Woche im Training Muskelfaserriss zugezogen. Der hat wohl ein bisschen zu viel oder zu hartherzig gecoacht, weiß ich auch nicht. Er hat gesagt, er hat eine Übung vorgemacht und dabei ist es passiert. Das sieht als Trainer doof aus dann, ne? Er kann nicht spielen, er kann nicht helfen. Er kann nicht mit auf dem Platz, ja, schade. Nein, aber ja, ich gehe da mit Augsburg 2-1. Ich gehe auch mit Augsburg, weil Augsburg zwar eine Wundertüte ist, aber ich bei denen in dieser Saison auch zu Hause schon offensive Wucht gesehen habe und ich glaube Demirovic und insgesamt auch mit dem Stadion, dass Augsburg die Punkte zu Hause behält, glaube ich auch. Ich habe, glaube ich, sogar 3-1 getippt. Leipzig gegen Bochum und ich glaube, alle Bochumer hoffen jetzt darauf, dass du eine hohe Niederlage für Bochum tippst und dass sie dann doch irgendwie ein Wunder packen in Leipzig und das Ding gewinnen. Bochum-Fans und ich hier machen den Handschlag. Da gibt es natürlich aus meiner Sicht eine hohe Niederlage für den VfL. Jetzt kurz weghören, liebe Bochum-Fans, aber ich wollte eigentlich noch höher tippen und fand es aber respektlos und habe deswegen nur 5-0 für Leipzig getippt. Ich auch, ich habe auch 5-0 getippt. Hast du auch 5-0 getippt? Ja, also ich hatte erst 7 überlegt, da dachte ich so, nee, nochmal 7 und das will ich auch hier im Podcast nicht machen. Das ist aber auch der Grund schon. Also ich glaube, Leipzig wird das Spiel deutlich gewinnen und ihr wisst, liebe VfL-Stammis, das ist ein sehr gutes Zeichen für euch. Gut, und dann kommen wir zum Topspiel am Abend, Samstag, 18.30 Uhr, Werder Bremen gegen Hoffenheim. Da kriege ich ja schon wieder Sorgenfalten auf der Stirn. Fast so wie Materazzo, der ja möglicherweise auf Kamaric verzichten muss, das wäre ja für Werder Bremen gar nicht so schlecht, aber Werder Bremen ist einfach verrückt. Was soll ich dir sagen? Nabi Keita von einem Startelf-Einsatz, vom Startelf-Debüt, das finde ich schon mal eine positive Geschichte. Da fehlt aber schon wieder die halbe Abwehr und auch da kann alles passieren. Favorites Hoffenheim, ist klar, die haben den besseren Kader, die haben den besseren Lauf, aber wenn Werder Bremen am Samstagabend mit 2 zu 1 gewinnt, wie ich es bei Keita getippt habe, aus Verzweiflung und Hoffnung, dann würde es mich aber auch jetzt nicht so übertrieben wundern, ehrlich gesagt. Also das wäre so typisch Werder Bremen, dann nächste Woche wieder 4-0 auswärts verlieren. Ja, sorry, ich kann nicht für Werder Bremen tippen. Muss auch nicht, alles gut. Würde ich, wenn ich neutral wäre, auch nicht machen. Ich gehe mit einem 2-1 für Hoffenheim, einfach weil sie wirklich momentan ganz gut drauf sind. Kann auch ein 4-1 für Hoffenheim werden, also das ist halt das Problem bei Werder Bremen, da geht alles und nix, aber wir haben ja unsere Heimstärke am Osterdach zurückentdeckt und vielleicht hilft es ja. Gut, André, Sonntag dann noch die Spiele Leverkusen gegen Köln, Bayern gegen Freiburg und Frankfurt gegen Heidenheim und dann lass uns ja zur Nationalmannschaft kommen, weil heute um 10 Uhr wird der Kader für die anstehende Länderspielreise in den USA von Julian Nagelsmann offiziell nominiert und wir haben, und das ist ja für Bild relativ normal und das ist auch der Anspruch, den unsere Reporter haben, wir haben schon mal nachgeforscht, wer denn so nominiert werden könnte und der Kollege Max Wessing, der kennt schon einen Teil des Nominierungsplans von Julian Nagelsmann und in seine Sprachnachricht hören wir mal ganz kurz rein. Ja, da bahnt sich tatsächlich eine große Überraschung an, vor allen Dingen aus Dortmunder Sicht, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne aus Sicht der Spieler. Zuerst das Positive, Mats Hummels steht nach unseren Informationen kurz vor der Rückkehr ins DFB-Team. Unter Ex-Trainer Hansi Flick wurde er überhaupt nicht mehr berücksichtigt. Jetzt unter Julian Nagelsmann steht sein Comeback kurz bevor, nachdem er in den letzten Wochen beim BVB in der Innenverteidigung wirklich überzeugen konnte. Schlechter sieht es dafür bei Karim Adeyemi, Emre Can und Nico Schlotterbeck aus. Nach unseren Infos hat Julian Nagelsmann sich dazu entschieden, alle drei zunächst nicht zu berücksichtigen für die nächste Länderspielphase, die das DFB-Team in den USA verbringen wird. Schlotterbeck hat zuletzt im DFB-Team nicht überzeugen können. Emre Can spielt bislang eine eher durchwachsende Saison als Kapitän beim BVB. Und Karim Adeyemi war zuletzt auch nicht zu 100 Prozent gesetzt. Das ist nun die Reaktion von Nagelsmann, die bei Borussia Dortmund natürlich für große Diskussionen sorgt. Ja, André, zwei positive Sachen, die ich da gleich mal anmerken möchte. Also erstens finde ich es gut, wenn Mats Hummels wirklich nominiert wird, weil nennen wir gerade einen deutschen Innenverteidiger, der besser spielt als Mats Hummels. Ich glaube, da gibt es aktuell keinen. 100 Prozent bin ich bei dir. Und die zweite Sache ist, Sky hat ja dann gestern Abend, nachdem wir vermeldet haben, dass Mats Hummels dabei sein soll, auch vermeldet, dass Chris Führig vom VfB Stuttgart dabei sein soll und auch, dass Pascal Groß vom Brighton wieder dabei sein soll. Das zeigt mir, dass Julian Nagelsmann nach dem aktuellen Leistungsstand der Spieler nominiert. Also nicht irgendwie freundschaftliche Nominierung, sondern wirklich die Besten für dieses Land. Und das gefällt mir erst mal, wenn es denn heute um 10 Uhr wirklich so kommt. Ja, ich verstehe auch nicht so ganz, warum die Nicht-Nominierungen von Adeyemi, Schlotterbeck und von Can für große Diskussionen in Dortmund sorgen sollen. Denn die sind alle außer Form. Also Adeyemi ist katastrophal außer Form, also wirklich katastrophal. Den sege ich jetzt heute nicht nochmal. Ja, nee, aber man sieht es ja, wenn man sich die Spiele anguckt. Emre Can hat seinen Stammplatz momentan verloren beim BVB, also zuletzt nur eingewechselt. Und Schlotterbeck war katastrophal beim DFB-Team. Also von daher sind das folgerichtige und ganz klare Entscheidungen von Julian Nagelsmann, wenn es denn so kommt. Und das ist ja das Gute, ob es so kommt, erfahren wir heute im Laufe des Tages. Und wir werden drüber reden morgen in der Sonderfolge. Es wird morgen eine Sonderfolge zum Kader, zur Nominierung von Julian Nagelsmann geben. Ihr wisst, Nationalmannschaft ist mein Lieblingsthema. Ich habe gleich auch noch einen kleinen Take dazu. Und deshalb lasse ich es mir natürlich nicht nehmen, darüber zu reden, über diesen Kader von Julian Nagelsmann, worauf ich schon sehr gespannt bin. Dann mach doch gleich noch deinen kurzen Take. Es gibt ja jetzt tatsächlich, das erste Heimspiel der Nationalmannschaft ist rausgekommen gegen die Türkei in Berlin. So, und ich frage mich, Kili, und ich habe mich unglaublich doll mit dem Kolibri gestritten. Wir streiten uns echt nicht oft, aber wir haben uns richtig gefetzt, also fast schon beleidigt über ihr WhatsApp gestern. Weil ich frage mich, wer plant denn diese Scheiße schon wieder beim DFB? Also erst diese USA-Reise, weißt du, vor der Heim-EM, wo du nachts Freundschaftsspieler hast. Und jetzt ist das erste Heimspiel. Du willst irgendwie mit Euphorie in dieses EM-Jahr gehen. Ist dann immerhin in Berlin im Olympiastadion, okay, fair enough, aber gegen die Türkei. Ich bitte dich, Kili, das ist ein Auswärtsspiel. Da kommen 50.000 Türken. Ich finde die Stimmung der Türken auch total geil. Ich freue mich immer, wenn dann, keine Ahnung, Galatasaray bei Hertha spielt oder so. Das wäre ja Weltklasse. Aber wir wollen doch Stimmung reinbekommen für unsere Nationalmannschaft. Und jetzt hast du quasi als erstes Heimspiel ein Auswärtsspiel. Da mache ich mir doch Gedanken. Da suche ich mir doch. Da kommt ja auch noch dazu. Das hast du auch nicht vergessen. Das ist ja ein Gegner. Der ist ja jetzt sportlich nicht allerhöchstes Niveau momentan. Da ist die Fallhöhe auch noch besonders hoch. Weißt du, das Spiel doch wenigstens gegen Brasilien vor 70.000 in Berlin. Aber doch nicht gegen die Türkei, wo du auch noch ein Auswärtsspiel hast, stimmungsmäßig. Ich habe da langsam kein Verständnis für. Ich habe über mir das T-Shirt hängen, das Trikot hängen von Ingo, Halbfinale 24, DFB. Ich bin euer größter Imagebeauftragter, aber ihr macht es mir wirklich, wirklich, wirklich schwer. Ich muss es ganz ehrlich sagen. Oder verstehst du, was die da machen? Ja, mich tankiert es jetzt nicht so. Ich freue mich auf dieses Spiel. Ich möchte auch, dass wir da beide hingehen. Weil ich habe schon mal in Berlin im Olympiastadion ein Spiel gegen die Türken erlebt. 2009 war es, glaube ich, am Ende irgendwie auch viele Tore gesehen. Da waren sehr viele Türken im Stadion. Ich liebe die türkische Fankultur in Berlin. Ich habe schon mal ein Wasserballspiel hier in der Seestraße erlebt. Da waren Fans von Galatasaray dabei und haben in der Schwimmhalle Pyrotechnik gezündet. Also das war vogelwild. Von daher, darauf freue ich mich. Es wird eine geile Stimmung im Olympiastadion. Und die erleben wir ja nicht so oft im Olympiastadion, außer es spielt Union Berlin da. Ach, jetzt komm, jetzt lass mal die Hertha in Ruhe. Jetzt hier kein Hertha-Held mehr. Nein, sorry, der musste sein, den musste ich einmal droppen. Aber der Zeitpunkt ist doch falsch, Kili. Also ich liebe das auch, ich finde das auch geil. Ich freue mich auch, wenn da 50.000 Türken sind. Ich finde es cool. Aber doch nicht vor unserer Heim-EM. Wenn wir gerade versuchen, Nationalmannschaften und Fans wieder zusammenzubringen, dann so ein Auswärtsspiel draus machen. Das ist doch einfach nur dumm. Ja, jetzt zieh mal wieder, gestern habe ich schon zu dir gesagt, die Spritze aus dem Arm und wir machen den Deckel drauf, okay? Besser ist es. Freunde, Deckel drauf, morgen Nagelsmann-Kaller. Ciao, ciao. Schönes Wochenende, ciao. Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.